Hallihallo! So, jetzt erreichen wir endlich mal unser Etappenziel und zwar kreieren wir jetzt unsere Swapchain. Dafür müssen wir aber noch ein paar Sachen erstmal vorbereiten. Das erste ist, dass wir dem Device bei der Create-Info hier sagen müssen, dass wir tatsächlich eine Swapchain auch benutzen wollen. Also wir müssen eine Extension hier aktivieren. Das machen wir im Prinzip genauso, wie wir es schon bisher gemacht haben, diesmal nur eben auf Device-Level statt auf Instanz-Level. So, das ist ein Vektor mit const-char-pointer und den nehme ich zum Beispiel mal device-extensions. So, und da rein, dann natürlich ein Semikolon, da rein kommt jetzt vk-khr-swapchain-extension-name. So, das Ganze beinhaltet den String vk-khr-swapchain, der ist deutlich kürzer als das Makro. Warum benutze ich dann das Makro? Naja, das liegt daran, dass der Compiler uns dann hilft. Also, falls ich hier irgendwie einen Schreibfehler drin hätte, dann würde der Compiler hier direkt rummeckern. Aber wenn ich das mit einem String machen würde, dann könnte uns der Compiler da nicht helfen. Wir können deswegen lieber das längere benutzen, das ist deutlich sicherer. So, und diese Device-Extensions, die müssen wir jetzt natürlich hier reingeben. Erstmal sagen, wie viele das sind. Naja, das ist device-extensions.size. Und hier bei den Enabled müssen wir die Data reingeben, also device-extensions.data. So, als nächstes müssen wir dann überprüfen, also das sollten wir zumindest machen, sonst meckert auch der Validation Layer. Wir sollten überprüfen, ob unser Physical Device überhaupt eine Swapchain unterstützt. Das könnte nämlich sein, dass es das nicht tut. Und das geht über den Aufruf VK Get Physical Device Surface Support KHR. Und das erwartet als erstes unser Physical Device, das wir haben hier oben ja Physical Device an der Stelle 0 verwendet. Also Physical Devices an der Stelle 0. Das nächste ist die Q-Family Index, die wir benutzt haben. Das ist hier in unserem Fall die, na, 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 wo ist es? Q-Family Index, hier ist die 0. Genau. Das nächste ist unser Surface, das ist einfach Surface. Und das letzte ist dann ein VKBool32, wo wir einen Pointer reingeben und da kommt dann entweder True oder False. Je nachdem, ob unser Physical Device hier überhaupt ein Surface unterstützt. Das müssen wir natürlich erst noch kreieren oder anlegen davor. VKBool32, das ist nicht zum Beispiel mal Surface Support und das am Anfang einfach mal False. Und hier gebe ich die Speicheradresse davon rein. Das ist dann Surface Support. So, bei dem Aufruf selber können einige Sachen schief gehen. Deswegen müssen wir hier noch das überprüfen, ob bei dem Aufruf auch alles gut gegangen ist. Das heißt, wir geben das in ein Result rein und machen dann Assert Vulcan von Result. Das war ja unser Makro, was wir vor einiger Zeit hier mal gemacht haben, welches überprüft, ob VK Success hier übereinstimmt mit dem Val. Gut, und jetzt müssen wir natürlich überprüfen, ob dieses Surface Support auch auf True ist. Oder andersrum, falls es False ist, sage ich, ich mache ein Debug Break und sage, ja, in der CR, dass irgendwas schief gelaufen ist. Das heißt, if nicht Surface Support, dann STD-C-Error und zwar Surface Not Supported. Std-Endline und dann hier am besten noch ein Debug Break. Wobei das jetzt natürlich bis schon Studio abhängig ist, also Debug Break habt ihr, falls ihr zum Beispiel mit Linux programmiert, das hier nicht. Genau, da müsstet ihr dann zum Beispiel ein Exit machen oder irgendwas in der Richtung. So, jetzt haben wir das überprüft und wenn er hier ist, dann wissen wir, okay, es ist alles gut gegangen. Wir können also Swap Chains hier benutzen und können dann hier auch die Swap Chains erstellen. Die Swap Chains brauchen wir aber auch wieder außerhalb, denn wir müssen die Swap Chains zum Beispiel löschen. Deswegen mache ich die hier global, VK, Swap Chains, KR, Swap Chains. So, und kann dann hier unten sagen, Result ist gleich VK, Create, Swap Chains, KR. Also im Prinzip wieder das gleiche Pattern, wie wir es schon tausendmal gemacht haben. Also im Device braucht er, dann braucht er als nächstes die Swap Chains Create Info, die haben wir hier oben, die Speicheradresse davon. Swap Chains Create Info. Dann, falls wir einen Allocator benutzen, machen wir aber nicht, deswegen Null Pointer. Und die Swap Chains selbst, das ist dann hier unsere Swap Chains, die dann befüllt wird. Und dann können wir noch sagen, Assert Vulcan Result. So, diese Swap Chains müssen wir aber auch wieder destroyen, wenn wir fertig sind mit dem ganzen Programm. Und das machen wir direkt mal als erstes, denn das ist abhängig von unserem Device, deswegen dürfen wir das Device nicht vorher löschen. Das ist dann hier VK, Destroy, Swap Chains, KR, und zwar unser Device, unsere Swap Chains. Und wir benutzen wieder keinen Allocator, deswegen Null Pointer. So, gut, und jetzt führen wir das Ganze mal aus. Und wir sehen keinerlei Fehlermeldungen oder so vom Validation Layer hier, es hat halt so, wie es aussieht, alles funktioniert. Und ich mache hier noch einen Breakpoint, bevor das Programm sich beendet, denn ich will ja auch gucken, ob da alles funktioniert hat. Also das hier Xen und wir sehen hier, wenn wir runter scrollen, noch immer keine Fehlermeldung. Hat dazu alles funktioniert. Gut.